TV schnaufen, Eis kaufen, Kaus los kaufen, Vollesatmisschen, Böbel kaufen, Böbel kaufen, Böbel kaufen, Böbel kaufen. Böbel kaufen, Böbel kaufen, Böbel kaufen, Böbel kaufen. Böbel kaufen, Böbel kaufen, Böbel kaufen. Wir suchen Herrn Witowski. Man hat uns gesagt, er würde hier arbeiten. Er ist nicht mehr hier. Er hat ihn vor drei Jahren verlassen. Sie sind jetzt ganz allein. Ditesch. 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 Ditesch.